Auf dem Weg Wir waren gerade beim Camp und da kommt die Mädchen. Wie bist denn du aus deinem Pass, Junge, Adnan? Servus. Servus. Servus, ich habe auch mal. Servus. Also, die Modul-Action am Schloss muss noch ein bisschen warten, weil ich habe gerade aus dem Nichts irgendwie ein Softball kassiert. Schauen wir mal, drehen wir die Sops ein bisschen. Okay, weiter geht's. Eine Menge Starter-Pokémon hier, Shiggy und Bisasam, also Gen 1 Starter. Ich frage mich, was das Schloss jetzt gerade für ein Nest ist. Vielleicht sehen wir das noch. Gewiss Starter immer sehr schwer zu fangen, echt unnötig. Hast du ein YouTube-Video? Ja, das kann der jetzt schon rausschneiden wieder. Kein Ding. Abonniere mich, Hong-on-Pokémon-Friends. Ja? Ja. Das ist geil. Welches Level? 38. Dein Ernst? Ja, gar nicht. 30, nur? 32. Okay. Weiß krass. Jetzt schon. Kanada sind 39 oder so. Ja? Wie viele Abonnenten hast du? 500. Alles 510. Ich glaube, das ist gut. Wiesda. Nein, diese Shiggy ist verpissend. Ja. Bei dir auch? Ja. Aber krass. Aber krass, Alter. Ich abonniere dich, ja? Ja, mach das mit. Du musst mich auch abonnieren. Ich heiß auf YouTube Kim Hildegard. Okay. Wie heißt du? Hong-on-Pokémon-Friends. Heißt du Hong? Ja. Das ist ein guter Rappen. Geil. Guck mal, hier sind die Flampen. So. Also ihr könnt euch drum schlagen. Einer macht das, einer macht das. Ich mach das im Mai wieder. Eins. Fangen weiter geht's. Danke. Jungs, was ist mit euch? Chill. Baken. Ich mach schon. Hat jemand eins für deinen? So. Klar kann. Noch ein Grottini. Grottini! Ja. Wenn ich es fangen kann. Ich bin echt beeindruckt. Ja, aber das ist mein letztes fürs nächste Tragorand. Ich kenne die erste. 125 wieder. Tragorand, oder 20? Ich könnte jetzt gerade 2 machen, aber ich habe keinen Fall. Schauen wir mal. Langsam füllt es sich so um. Hast du mir gehört? Nein, noch nicht. Gleich. Labras, Relaxo. Tragorand. Oh doch, zu weit. 96%, passt schon. 657%. Ist okay. Ist okay. Wo war das in der Asche? Keine Ahnung. Hat das schon mal ein Prozent? Nein, nein. Ich habe eins mit 96 noch übergehabt. Ach so. Das ist jetzt ein anderes, oder? 100. Wie viel hat das? Fast 700. So. Oh nein. Schauen wir mal, wo es rauskommt. Klaust du mir meinen Strom gerade? Ich glaube ein Dragorand. Im Zweifelsfall kommt ein Dragorand raus, ja? 3-2 sag ich. Nee. Dragontail Hurrikan? Neue Movesets. Immerhin. Sind die gut? Ich habe keine Ahnung. Zweitbeste. Zweitbeste. Findet man das Körper von gestern auch noch? Ein bisschen Entwicklungs-Action. 100% Körper da. 182, nicht schlecht. Das ist gar nicht übel. 29 glaube ich. Oder 30. 29 oder 30? Gute Frage. Oh Gott, dein Daumen ist im Weg. Entschuldige. Dein Daumen ist im Weg. Tu ihn weg, während ich deinen Bildschirm filme. Was denn? 26 oder 27 oder 28? Ich glaube es war 8. Ne, ich habe schon so eine Nücke. Uh. Bide und Hydrocrunk. Ist das gut, ne? Ist wack, oder? Ist halt Standard. Ist schlecht jetzt. 96 mit 173. Ne. Kann man machen, oder? Also bei uns kommen nur 100% ins Video. Ich habe so viele Karate, dass ich auf 21 Stück schon entwickle. Das ist jetzt noch mal 22, dass ich entwickle. Und ich habe noch 2000 Bonbons. Wirst du dich da mit einem 96er zufrieden? Das ist eigentlich echt schlappig. Ey du. Das vergeht schon. Bide und Crunch. Bide und Crunch. Ist das gut, ne? Ist das gut? Ist das schlecht? Nein, das ist richtig scheiße. Ich glaube auch. Schon spät? Was? Wie denn spät? Das ist halb sechs. Das ist alles so. Also Leute. Ich glaube 19 Kilometer. Recht traurig. Das heißt, ich muss mir Inkubatoren kaufen. Ich habe eigentlich vorgehabt, das Geld zu sparen für neue Kleidung. Das Beste. Jetzt muss ich mir acht Inkubatoren kaufen. Das war acht. Aber eine unendliche Stück. Eins. Zwei. Zwei. Vier. Fünf. Zwei. Sechs. Sieben. Und acht. Wie viel Gold habe ich noch? Zwei, vier. Oha. Alles verbraucht. Die Eier seht ihr wahrscheinlich dann in der nächsten Folge. Ich muss stehen bleiben. Wofür? Auf genannt. Ja. Auf geht's. Rein damit. Wir hatten bisher nicht so viel Glück mit den Eiern. Ihr wisst es. Null Tratinis. Null Labgas. Null Galaxo. Also so Labgas will ich jetzt eh nicht mehr. Eigentlich will ich nur neun Lavitas. Und vielleicht 100% Tratini. Zu allgemein 100% hätte ich nichts dagegen. Solange ich es noch nicht habe. Acht. Und neun. Mit dem Unendlichen auf geht's. Hier macht man nicht so viel Kilometer. Also ich denke mal das wird in der nächsten und übernächsten Folge, wer weiß, erst starten. Ach. Mein Herzblut hat so viel Geld. Gold ausgegeben. Ne. Auch meine Eltern kochen. Die Module gehen langsam aus. Versuchen noch Benni zu übergehen. Zu bleiben aber. Keine Chancen. Keine Chancen. Hong, wenn du zwei Eltern aus der Gastronomie hast und wenn denen langweilig ist in der Küche. Junge, da gibt's Essen da. Träumen manche von. Ja ruhig. Was noch? Zwei. Wie viel hast du? Zwei noch? Eine Hunde. Eine Hunde. Nein. Geil. Adler sicher kennt keiner mit dem Bart. Also ohne Bart. Stimmt, der Adler und sein Bart ist weg. Das Gesicht ist auf einmal existent. Das war normalerweise nur Haar. Okay. Okay. Na ja dann. Da passt dein Video wieder. Okay. Stimmt. Ja wollen wir. Wie ist das aus? Geh die an. Hier geht's. Du gehst. Hast du einen? Lass dich doch in der Mitte bitte sitzen. Komm mal. Stichstücke in der Mitte. Stichstücke in der Mitte. Mein Name ist gestern. Ich habe drei Höhlen. Dann bitte noch mal dauschen. Ja dann komm. Die Mitte. Die Stücke. Dann mach ich hier die Seiten oder? Ne mach einfach nur die Mitte hier. Zwei, zwei oder? Einziges ist null. Wir sind nachschau. Ja sie jagen die beißen. Ja sie jagen die beißen. Ich schmeiß jetzt gerade 25 Stück weg. Ja man. Ciao Jungs. Ciao Jungs. Ciao. Ich weiß nicht. Ich bin schon spät. Hä? Bist du nicht müde? Du warst müde. Müde heißt nicht bei Pokémon. Okay. Weil ich würde das gerne rauslassen. Ja. Das Ei, da kriegst du doch doppelt Erfahrung dann durch die Entwicklung. Stimmt. Wenn wir es synchron machen, gibt es nochmal doppelt glaube ich. Richtig. Warte. Der Quackser Seescheiß. Brauchst du schon ab. Das ist auch. Ja. Es ist kalt langsam. Ja. Also. Wir warten. Ja ich bin dabei. Ich war nicht. Wo war das nochmal? War drüber. Nee. Dann bekommt ihr das. Wie? Was bekommt ihr da? Da hab ich eins. Ich hab nicht mal einen Körper. Äh kommst du dann. Ich nehm das jetzt einfach zu überschreiben. Ja really strong ist mir egal. Dann. Dann. Die Jungs wickeln jetzt beide Jürgen Cox. Nein. Beide gleichzeitig Kingstein bekommen. Anscheinend. Neue Theorie von Mixen. Neue Game Theory entwickelt. Letztendlich dass es am selben Stop war glaube ich. Theoretisch. Weil wir sind ja in einem Abstand von vielleicht 20 Metern gelaufen wenn überhaupt. Oder? Du nicht. Ich weiß gar nicht wann ich's denn kommen. Ich auch nicht wann. Was seht ihr noch? Mir fehlt noch mein 3902. Lebsche Südruppe. Meins war schlecht. Ich glaub der ist immer schlecht. Ist der schlecht? Der ist immer schlecht. Gut abschließende Worte. Fuck so immer schlecht. Aber gut für den Eintrag. Ich hab ihn selbst persönlich noch nicht. Ich fahr immer noch auf das Doppel irgendwas Event. Was hoffentlich mal demnächst kommen wird. Um den dann zu entwickeln. Schreibt mir unten in die Kommentare ob ihr schon Quoxo habt. Ansonsten war's das von uns. Bisschen gechillt. Paar Modul angemacht. Smalltalk. Und ein paar Entwicklungen von den Jungs. Das war's von uns. Wie immer liken. Subscriben. Kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Checkt unsere Facebook Seite ab. Vergesst nicht. Pokemon is your business.